hallo meine lieben und willkommen zurück zu battlemech oder wie man als bremer sagt battlemech das erste mal dass wir eine mission auswählen das heißt wir haben drag drag ah ja ich verstehe shadowhawk gehört zu ihr die beiden immer noch mit glitsch kriegt den vindikator und mit usa kriegt den locust echt jetzt okay soweit sieht das richtig gut aus die boy max haben wir nicht brauchen halt auch als kohle und ich will euch ja noch zumindest ein bisschen hier was von der kampagne zeigen bevor ihr euch dann denke ich selbst auch irgendwann ins abenteuer stürzen werdet wir schauen jetzt einfach mal was uns da erwartet schnee sehr cool as expected commander it looks like the security duty is about to get hot gewinn sich als auftrag der jetzt aber heiß wird we are tracking multiple incoming hostiles unknown types es nähern sich uns einige unbekannte kontakte hold the base keep the buildings up right and then we we got paid alles killen was rumrennt okay here we go standing by aye aye moving out move into position dann warten wir doch mal da nähern sie sich das ist ein battle mag da hinten steht den werde ich jetzt mal aufdecken müssen medusa ist noch noch da wir sind auf der basis mit dem schnellsten läufer das ist ja auch blödsinn vom herrn gewesen dass wir so die pläut wurden aber okay zieht sich zurück ja ich stürmte ihn jetzt ja nicht wass up boss geheime erklärung heißt defense stellen wir uns meinen den wald hinein da kommt ein fahrzeug zeigt sich auch nicht bleibt außerhalb unserer schussweite dann mal ein bisschen anders hinstellen hier war ein alter turm früher das gibt's doch nicht ist das verrückt die zeigen sich echt nicht gut da müssen wir vielleicht mal wirklich dann noch mal ein ein bisschen aufdecken ich würde gern runter ach gott wie anstrengend okay dann decken wir mal auf was da drauf und so was da so lauert erstes fahrzeug vernichtet und gibt ihm zweites fahrzeug vernichtet aber der wald steht noch sie könnte tatsächlich springen eine gute position ja aber moment ist sieht das noch alles so sehr 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 gut aus was wir hier machen ich glaube hier können wir runter gehen da ist er first starter f s 9 h oh und wir kriegen von oben spaß ach herrje oh oh damit habe ich nicht gerechnet ja der ist sehr beschädigt die kommen von oben das ist ein problem das ist wirklich ein problem es sind noch zwei eigentlich müssen wir die kommen lassen oder wir laufen ihnen direkt entgegen ja viel ziehen wir da nämlich nicht ab was kann ich tun was kann ich tun für dich ready set all weapons are go bam das war ein volltreffer schwein gehabt dass wir mal einen volltreffer gelandet haben fahrzeug wird ah so rumfahren so ok da geht dieser striker geht bestimmt in angriff über ja attackiert die basis frechheit so das ist medusa medusa kümmert sich jetzt um den dn da hinten läuft mal vor mal gucken was wir so durchziehen können wir sind erhöht arm ab perfekt von der erhöhten position habe ich echt ein bisschen schiss dass wir ganz schön dick einen abkriegen das ist nicht glücklich sehr glücklich die beam pilot ist verwundet wir machen einfach zu wenig schaden mit unserem blackjack jetzt dreht er damit er schießt vielleicht aber flammenwerfer anbaut ok hat uns erhitzt damit aber der vorteil ist jetzt mit ihm hier können wir dann gleich richtig attackieren jetzt gibt es hier noch mal einen jump wie sieht das denn aus schädigen wir uns selbst und du hast gar nicht getroffen man also echt jetzt leute ihr habt echt nicht so ganz drauf zwei roboter oben ein fahrzeug Gott sei Dank zieht das nicht so viel ab medusa ist noch mal dran attacke auf den ach man rücktreffer und dann trotzdem nichts abgezogen richtig schade der erhitzt uns ganz schön das ist die Hitzeanzeige au die haben es echt die würden sich tatsächlich opfern nur um diese Basis anzugreifen was ist denn in der Basis mein shit au aua au au ich bin doch schon ein bisschen angekratzt gut so nahkampf ist schon fast so gut wie die Geschichte jetzt bin ich erhöht seitlicher Schuss alter das ist unglaublich wie schlecht die zielen ganz schlimm wirklich ganz schlimm overheating da müssen wir in den Nahkampf gehen okay okay we're going toe to toe die 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 Guck mal, ob der im Nahkampf das Fahrzeug mit einem Schlag klein kriegt. Ne. Ach, cool. Dann gibt es ihm sogar noch eine MG zu fressen. Aua. Boah. Komm, du hast nur noch einen Arm. Oh, die wollen den Blackjack klein kriegen. Ach, du jetzt auch noch. Der hat noch eine Feuerkraft und auch auf dem Blackjack. Ach, du Schande. Okay, jetzt reicht's. Das ist echt irre, was der hier aushält. Dieser Stein war im Weg, ja? Oh, das hätte ich früher sehen sollen. Verdammt. Mein Fehler. Was kann ich für dich machen? Nicht sagen, mir mal zweit. sehr gut können unten rechts sagen welche waffen feuern sollen und welche nicht so könnten wir auch einiges an hitze reduzieren zum beispiel aber es ist gar nicht mal so gut war unsere feuerpower nicht stark genug ist auf dieser art des angriffs weil weil wir hochlaufen mussten das ist jetzt das gut dass auf den feuerst der hier unten der steht auch fast nicht mehr krass was der aushält und wie scheiße dieser kleine roboter ist müssen wir echt besser bewaffnen gut dass er immer so runterkühlt willst du nachkampf kehren oder was ja so schlimm war das jetzt auch nicht das mit von hinten angreifen kann ich auch das machen wir jetzt auch perfekt und los was so wenig feuer waiting for orders firing on target Au, au, au. Ein Meg ist schon mal down, aber trotzdem. Die schießen sich echt auf unseren Dicksten hier und nein, das ist ja verrückt. Das Fahrzeug geht im Nahkampf down, seitdem unser kleiner Medusa macht's. Gehen wir noch einmal in den Nahkampf. Kleiner Kampfläufer hier. Ja, hat der Meg gut hingekriegt und hält auch nochmal in den Rest rein, sehr gut. Jetzt gibt's noch zwei Megs, die fast zerstört sind. Der kann nur noch im Nahkampf arbeiten, zieht aber gut ab. 50, weil er tritt. Jetzt schauen wir mal, wie doll wir denn sein können. Die beiden müssen nicht. Der hat echt schon gut was auf die Fresse gekriegt hier. Shadowhawk aber nur ein bisschen. Den kriegen sie so schnell nicht klein. Jetzt bin ich mal gespannt. Du rächst dich jetzt mal. Okay. Targeting for physical attack. Good to go. Coordination received. Und von oben rein. Wieder so viel. Okay. Das ist das Schöne. Dieser Kleine kann halt sehr schnell in den Rückraum eines größeren Roboters, äh, Max rennen. Entschuldigt. So wie auch jetzt. Seht ihr? Und das kann passieren dann. Perfekt. Sehr gut gemacht. Jetzt mag ich ihn langsam. Okay. Haha. Enemy met. Destroyed. The area has been cleared. Darius has given me the green light to land immediately. Hold position. Mission successful. Perfekt. Mission abgeschlossen, Leute. Das brachte Geld ein. Und unsere erste erfolgreiche Mission. 166.000 haben wir da bekommen. Sehr gut. Da können wir bestimmt weiter drauf, äh, drauf aufbauen. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Danke schön fürs Zuschauen. Ihr seht hier, was wir alles hingekriegt haben. Ähm. Ja. So kann's weitergehen. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020